jetzt passiert die 1000 abonnenten sind da ich kann es nicht anders sagen waren sind leute vielen vielen dank für euer vertrauen was soll ich sagen ihr macht das ja alles freiwillig ich sag ja gar nicht in meinen videos abonniert meinen kanal natürlich freue ich mich über jeden abonnenten das ist natürlich klar aber ich will da kein zu gezwungen fühlen dass wenn ich das sag also ich hab das alles freilich gemacht und deswegen ist es noch mal was ganz ganz besonderes was jetzt passiert ist 1000 abonnenten das sind fast mehr wie in meinem heimatort wohnen kann ich mir gar nicht vorstellen wie viele leute das sind ja und bin weiterhin unterwegs auch jetzt doch im herbst ja ich bin jetzt hier bei der schleiffähre wie sunde ja meine tolle heimat hier kann man immer schöne runden drehen und hat man immer wieder wasser das ist echt klasse ja aber heute diese habe ich nicht gefilmt denn ich habe richtig viele videos noch in der hinterhand ja zurzeit sind ja die videos aus meinem schweizurlaub ja die waren auch schon sehr sehr klasse für sich gesehen aber danach habe ich auch noch wieder ganz ganz viel gemacht so viel dass ich jetzt noch videos in der hinterhand haben bis ostern ja so lange das ist echt echt ganz klasse das war echt ein tolles jahr ja rechtzeitig habe ich alles abgeradelt was ich wollte ich hatte viel urlaub dieses jahr da habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt ich hatte mir ein bisschen was aufgespart so dass ich hier viel machen konnte ja also es kommt noch sehr sehr viel auf euch zu und zum dank werde ich jetzt noch so ein bisschen spoilern da werdet ihr sehen was ich noch alles so gemacht habe auch nach meinem schweizurlaub ja es kommt so viel noch auf euch zu das waren sehr sehr viele schöne tage die ich noch auf dem rad verbracht habe und euch zeigen möchte ja es war ein richtig richtig schönes jahr gerade technisch gesehen also ich bedanke mich recht recht herzlich auch für euch euren ganzen daumen hoch eure tollen kommentare ja es macht sehr sehr viel spaß euch weiterhin auch auf meine radtouren mitzunehmen ja so langsam geht die radelsaison zu ende aber so wie heute es gibt immer noch mal ein paar schöne tage wo man raus kann ja also ich bedanke mich recht herzlich bei allen auch ganz nicht abonnenten die auch mal zu gucken es ist mir eigentlich egal die abonnentenzahl jetzt macht einfach nur spaß diese videos zu machen und euch zu präsentieren egal wie groß die abonnentenzahl ist es ist gar nicht wichtig also denn wünsche ich euch alles gute bleibt auf jeden fall gesund so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020